Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Woldooser. Es geht wieder weiter heute mit unseren Buchstaben. Heute ist der Buchstabe B dran. Gestern hatten wir ja das A, das findet ihr hier schon in der Playlist. Und heute machen wir weiter mit Buchstabe B. So, was wir dazu brauchen, also wir häkeln das Ganze wieder in Baumwolle. 50 Gramm auf 170 Meter mit einer Nadelstärke von 2 Millimeter, also die Häkelnadel. Ihr braucht noch eine Nadel und eine Schere, sowie wieder diesen Aluminiumdraht. Und eine Zange dafür. Die Materialien mache ich euch alles wieder als Link unten in die Videobeschreibung rein. So, dieses B besteht aus insgesamt 3 Teilen. Wir haben einmal hier diese längere Seite, einmal diesen Bogen und einmal diesen Bogen. So, dieser Bogen, also hier dieser erste und dieser zweite werden identisch gehäkelt. So, also wir häkeln quasi zweimal das gleiche, aber dazu gleich mehr. Wir starten das Ganze jetzt erstmal mit einem Fadenring. Und häkeln in diesen Fadenring sechs feste Maschen hinein. Wenn ihr das geschafft habt, Finger raus, Fadenring zuziehen. So, es geht jetzt weiter. Wir häkeln jetzt immer einfach im Kreis. Jede Runde hat immer sechs feste Maschen. Das zählen wir uns aber einfach mit. Es folgen jetzt insgesamt 100 feste Maschen. So, jetzt macht ihr das am besten so wie ich. Ich häkel mir immer erst die ersten sechs festen Maschen. So, wir häkeln die ersten sechs festen Maschen. Ziehen uns diesen Faden von unserem Fadenring gut stramm. Kürzen diesen knappkantig ab. Und jetzt wenden wir uns das Häkelstück schon mal rum, dass wir jetzt direkt schon die schöne Seite außen haben. So, und jetzt häkeln wir einfach unsere festen Maschen im Kreis entlang hoch weiter, bis wir auf insgesamt also 100 festen Maschen sind. Wenn ihr dann eure ganzen Maschen hier gehäkelt habt, also insgesamt halt 100 Stück, sieht das Ganze jetzt so aus. Wir stechen in die nächste Masche ein und ziehen uns eine Kettmasche. Ich lasse da ein bisschen längeren Faden, das Ganze abschneiden und hier einmal durchziehen. So, also wir brauchen dieses Stück, wie wir das jetzt gehäkelt haben, mit diesen 100 Maschen zweimal. So, das könnt ihr direkt dann schon vorbereiten. Wir brauchen das zweimal, wie gesagt. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr das mit dem Draht wieder macht. So, also ich verwende hier diesen Aluminiumdraht wieder. Wir biegen uns hier dieses Ende etwas um. Und ja, klemmen das Ganze hier einmal fest. So, das hat den Grund, dass nachher hier dieses Ende nicht zwischen zwei Maschen rauspiekst, ne? Dass man sich halt dran verletzt. So. Wir holen dann das Stück dran, schieben das einfach in unser Häkeltstück ein und dann sehen wir ungefähr, wie lang das Ganze jetzt sein muss. So, das mal pizzen wir jetzt hier, so ganz kleines bisschen, ne? So halber Zentimeter ungefähr. Klimmen wir das hier ab. Und dann können wir auch hier dieses Ende einmal umklappen und festdrücken. So, perfekt. Und dann schieben wir das hier rein. So, das ist jetzt mal unser erstes Stück. Also ich fange jetzt hier mit diesem langen Stück zuerst an, ne? Jetzt holen wir uns unsere Nadel. Und wir verschließen jetzt hier oben diese Öffnung. So, und das machen wir, indem wir jetzt einmal hier außenrum, immer durch das vordere Maschenkleid, mit unserer Nadel einmal durchschweben. So, da gehen wir jetzt in jede Masche, also immer durch das vordere einmal so durch. So, und wenn ihr das geschafft habt, dann zieht ihr einfach an diesem Faden, haltet das Häkelstück fest. Dran ziehen, habt ihr gesehen? Die Öffnung perfekt zu. Jetzt können wir hier noch einmal einstechen, so in die Mitte. Und wir vernähen uns jetzt diesen Faden zuerst mal. So könnt ihr irgendwo hier rauskommen, das ist völlig egal. Wir schneiden uns das dann ab und so sieht jetzt unser erstes Stück schon aus. Wie gesagt, dieses Teil mit diesen 100 festen Maschen, wo folgen, brauchen wir zweimal. Ich bereite das schnell vor und bin gleich wieder da. So, ich habe jetzt das zweite Stück auch hier fertig gehäkelt. Gleiches Prinzip, Faden, Ring, 6 feste Maschen und 100 feste Maschen hoch. Wieder ein Stück Draht ist dran. So, und jetzt biegen wir uns dieses Stück. Das geht ganz gut, wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt den Daumen gerade holt, das ein bisschen so einklemmt, da euch das einfach mal so um den Daumen etwas biegt. Na, das reicht normal schon. So, dann haben wir jetzt mal hier diese Halbrundung. Und das Ganze legen wir uns jetzt hier an unser erstes Häkelstück an und nähen das jetzt zuerst hier unten einmal fest. So, ihr solltet darauf achten, dass wenn ihr das biegt, das können wir nachher immer noch ein bisschen in Form bringen, aber das ist hier ziemlich in der Mitte, ne, dieser Bogen hier ziemlich in der Mitte von diesem langen Stück halt anschließt. So, und jetzt nähen wir zuerst mal hier einmal hier unten an unserem Anfang, einmal rundherum hier die Maschen, hier dran das Ganze, ne. So, ich zeige es euch mal. So. Hier wirklich überall durch. So, einmal hier. Und dann haben wir es ja gleich schon geschafft. So. Einmal hier. Und hier. Und hier und hier. Ja, ja, ja. So. Habt ihr es dann soweit gepackt, halten wir uns das Häkelstück jetzt hier dran, wo wir das halt hier oben annähen wollen. Das soll halt ziemlich in der Mitte sein, ne. Wir führen die Nadel jetzt hier an unserem ersten Häkelstück entlang durch. Das kann man ganz gut sehen, ne. So, und dann ziehen wir uns jetzt diesen Faden nämlich hin. So. Und dann nähen wir hier einmal rundherum dieses Stück an. Schaut das ja nicht genau hier an diesem Fadenring, sondern eine Runde so nebendran, ne. Dass ihr diese sechs Maschen hier auch alle erwischt. So, und dann nähen wir das hier auch einmal rundherum an das Ganze. Habt ihr das dann soweit geschafft, dass das jetzt auch hier alles angenäht ist, geht ihr mit der Nadel noch einmal so versetzt nebendran wieder rein. Zieht euch eine Schlaufe und dann gehen wir mit der Nadel hier noch einmal durch diese Schlaufe durch. Dann bildet sich direkt hier ein kleiner Knoten, könnt ihr ordentlich dran ziehen und dann ist das auch zu, ne. So, den Faden vernähen wir uns, den ziehen wir uns auch wieder irgendwo beliebig durch das Häkelstück durch. So, und schneiden uns den Rest ab. So, man könnte das jetzt halt natürlich auch schnell ein kleines B benutzen, wir machen aber auch Großes, ne. So, also wir schnappen uns wieder unsere gleiche Farbe, machen uns wie erneut einen Fadenring mit sechs festen Maschen darin. So, ist das wieder geschafft, Finger raus und den Fadenring zuziehen. So, es folgen jetzt insgesamt 80 feste Maschen. Gleiches Prinzip wie eben, da waren es 100 und jetzt haben wir 80. Macht das wieder so wie zuvor auch, häkelt euch zuerst die ersten sechs, schneidet euch den Faden, den Anfangsfaden ab. Also wenn ihr das dann festgezogen habt und häkelt dann die weiteren Maschen hoch, ne. So, also insgesamt brauchen wir jetzt 80 feste Maschen im Kreis. Ich mache die schnell und bin gleich wieder da. Also hier bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt meine 80 festen Maschen gehäkelt. Wir beenden auch dieses Häkelstück wieder mit einer Kettmasche in die nächste Masche, schneiden uns den Faden großzügig ab und ziehen den einmal durch. Auch hier habe ich wieder mein Stück Draht mit eingeschoben. So, und jetzt könnt ihr das hier auch wieder machen. Dann holt ihr am besten jetzt den Zeigefinger, haltet das so fest und biegt euch das jetzt schon mal ein bisschen wieder in Form. Na, das kann man nachher natürlich noch ganz individuell anpassen, ne. Nur, dass ihr mal eine Grundform dann habt davon. So, und dieser Bogen, der kommt jetzt natürlich hier oben dran, ne. So, den nähen wir jetzt so an, dass ihr hier von diesem ersten Bogen, so circa einen Zentimeter ist das hier, ne. Dass ihr hier so einen Zentimeter ungefähr noch frei habt. Wir nähen das Ganze jetzt einmal hier rundherum an. Dann haltet es euch am besten fest oder wer möchte, kann sich eine Klammer hier oben dran machen. So, also einmal hier durch. So, ziehen wir uns mal gerade schon mal ein bisschen. So, und jetzt wie gehabt hier Masche für Masche natürlich das Ganze hier annähen halt, ne. Einmal hier rundherum. So, ist dann dieses erste Teil hier fertig angenäht. Führt ihr euch jetzt einfach den Faden einmal jetzt so hier durch, dass ihr hier in diesem langen Teil hier wieder rauskommt. So, denn wir führen uns jetzt diesen Faden hier hoch, ne. So, da könnt ihr hier wieder einstechen. Und einfach bis hier oben an die Spitze. So, und dann halten wir uns noch dieser Absatz hier dran. Und jetzt gilt hier das Gleiche hier natürlich auch. Einmal rundherum das Ganze hier dran annähen. So, auch hier bei der letzten Masche gilt wieder, wir ziehen uns hier die Schlaufe. Gehen einmal mit unserer Nadel hier durch, dass sich wieder ein Knoten bildet. Diesen Vorgang kann man natürlich auch noch mehrmals wiederholen, ne. Aber in der Regel reicht das hier einmal völlig aus. So, wir vernähen uns den Faden und schneiden uns den Rest hier ab. Zack, haben wir ein perfektes kleines B schon, ne. Also unser A, B, C wächst so langsam. Ich habe natürlich jetzt hier alles immer in der doppelten Version, aber egal. So, das kann man sich jetzt alles hier, wie ihr seht, noch ein bisschen in Form bringen, ne. Hier auch das A, dass die Buchstaben halt hier alle schön zusammenpassen. So, aus dem großen B kann man halt ganz easy auch ein kleines machen, ne, wenn ihr hier diesen Absatz einfach weglasst, ne. So, A, B ist schon mal fertig. Morgen geht es dann weiter mit dem C. Wenn ihr euch fragt, wenn ihr euch jetzt erst eingeschaltet habt. Also wir häkeln hier diese Buchstaben, ne, dass man sich vielleicht so, ja, so schöne Namensgierlanden und sowas damit machen kann, ne. Also das ist eigentlich so der Hauptsinn. Oder halt ein Schlüsselanhänger. Ganz wie jeder möchte natürlich. So, was aber auch so weg, ja, Entschuldigung, was sehr schön ist, Kinder können damit prima auch nachher spielen und können anfangen, sich halt hier, ja, selbst Wörter zusammenzulegen, ne. Ist vielleicht für diese, ja, Grundschulkinder ganz interessant. Also nur mal so ein kleiner Typ, ne. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, viel Spaß beim Häkeln und bis zum nächsten Mal halt, ne. Dann geht es weiter mit dem C. Bis bald. Tschüss.